Ja hallo, hier ist mal wieder der Arndt. Ich wollte mich auch seit langem melden. Wir haben ja jetzt mittlerweile 2020. Ich habe mich seit Silvester nicht mehr gemeldet. Normalerweise wäre ich auch tüchtig mit dem Rad unterwegs. Wollte mich jetzt zum Virus nicht mehr unbedingt äußern. Aber gegen die Langeweile ein kleines Video einstellen. Wird dieses Mal auch nichts weiteres als ein kurzes Hallo, was ich ja jetzt in dem Sinne ja dann schon gesagt habe. Würde all meine Freunde gerne grüßen. Hoffe natürlich, ihr seid auch noch nach wie vor gesund. Mir geht es auch noch relativ gut. Zumindest wüsste ich nicht, dass ich erkrankt bin. Zumindest ist es nicht schwer. Nase-Dingsbumser läuft bei mir eigentlich immer. Das geht. Hoffentlich kann ich auch demnächst wieder bald wieder spannendere Videos einstellen. Will ich zumindest hoffen, als nur irgendwelche Kommentare. Aber dennoch werde ich mich vielleicht doch öfters mal vom Balkon aus melden, damit man auch sieht, ich bin noch nicht untergegangen. Naja, ich werde auch nicht untergehen. Ja, Polizei, Krankenwagen, was auch immer im Hintergrund da jetzt zu hören ist, ist eigentlich normal. Weil hier ist auch ein Krankenhaus in der Nähe, sowieso. Naja, soll mich auch nicht, oder es soll mich nicht weiter jucken, aber ich hoffe, den Leuten geht es bald wieder besser, die jetzt irgendwo in irgendwelchen Krankheiten oder Unfälle verwickelt wurden. Auf denen können wir ja mal auch allen anderen, nicht nur Viruserkrankten, gute Besserung wünschen. Und es sind halt schlechte Zeiten. Jetzt habe ich im Grunde dann doch noch was zum Virus gesagt, aber das kann man ja auch nicht ganz umgehen. Also, bleibt gesund. Bis demnächst. Euer Arndt. Ciao.